Ich habe damals schon gesagt, wir lassen uns ganz sicher von niemandem und von dieser Staatsanwaltschaft, von dieser eigenartigen Polit-Staatsanwaltschaft schon überhaupt nicht den Mund verbieten. Wir lassen uns im Gegensatz zum ORF auch nicht den Sender antraten oder vorschreiben, was wir hier zu sagen haben oder nicht zu sagen haben. Und ganz im Gegenteil, wir werden hier ganz offen weiter diskutieren. Und der Josef Tschapp hat das noch verstärkt. Genau, so ist es richtig, weil ich auch für Meinungsfreiheit bin. Und weil er unter anderem auch hier deswegen sitzt, weil man hier für Meinungsfreiheit sein kann. Genau. Und wir wollen den lieben Staatsanwalten, die da jetzt eine schallende Ohrfeige bekommen haben, sagen wir, wir fordern euch wirklich auf, Finger weg von der Pressefreiheit, meine lieben Herrschaften. Das geht gar nicht und das werden wir uns nicht gefallen lassen. Und das werden wir auch in jeder Sendung hier wieder thematisieren, wenn dann der nächste Versuch kommt, uns munter zu machen. Das ist ja, ich habe es damals schon gesagt, eine Sauerei, uns über einen Verhetzungsparagrafen das Diskutieren verbieten zu wollen.